finely falsch gebaut Au, untergefallen, jööö Ugh Genau, bau dich mit Treppen hoch, warum nicht? Warum baust du hier zu kack im Moment? Oh, noch ein Stückchen höher Er baut einfach so, das ist Soll er aber gar nicht. Er verarscht mich, ne? Einen runter abbauen. Hä, geht doch. Ach ja, jetzt muss ich auch wieder die Treppen abbauen, die ich aus Versehen benutzt habe, um mich hochzubauen. Das war auch sehr schlau von mir übrigens. Das baue ich mal eben mit Holz hoch. Hoppel, hoppel, hoppel. So. Ich finde, das reicht schon an Dachhöhe. Nicht, haben wir es. Jeden Moment. Mehr Truppen Holz habe ich. So. Machen wir nochmal hier eins. Drei, zwei. Da saß ich einfach Gloucetone rein, so cool wie wir sind. Und runter, und runter. So. Ach Gottchen. Wie mache ich das denn jetzt hier? Ah ne, das soll ja hier ein Durchgang werden, habe ich mir so überlegt. Dafür muss das aber verschönert werden. Zu Holz. Holz. Holz, Holz. Pop, pop, pop. Pop, pop. 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 So. Haben wir dann kleinen Durchgang. Erschaffen. Schnell hochbauen, schnell hochbauen, schnell hochbauen, schnell hochbauen, bitte, bitte, bitte. So. Muss ich mir nochmal hochbauen. Ah, genau wieder mit Treppen. Ich wollte mit Treppen hoch. Das ist immer das Schlauste, was man machen kann. Ironie auf. La, 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 la. So. Dann machen wir ein Fenster rein. Da würde ich sagen, machen wir ein Dreierfenster rein. Da machen wir es genau umgekehrt. So. Dann kommt hier die Nächste Ebene. Aber erst müssen wir die Dings umbauen. Den Boden. Das ist ja noch alles Erde und Dreck und Stein und bäh. Alles noch bäh. Das brauchen wir natürlich mit dem normalen Holz, mit dem Eichenholz weiter. Eiche. So, so, so. So, 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 so. Erstmal die untere Ebene, würde ich sagen. Hier, also die hier. Da oben brauche ich dann weiter, wenn ich oben bin. Das schaffst du schon, Anna. Ja, das schaffe ich. Habe ich dann erstmal gleich zwei Häuser fertig. Das ist schon mal gut. Also, nicht fertig. Erstmal den Grundumriss quasi. Noch ohne Fenster und allem drum und dran. Habe ich noch normales Holz? Eichenholz. Hier habe ich. Wo ist es denn? Da ist es. bräuchte trotzdem gleich einen hochgang aber die treppen bräuchten auf dem häuschen butter büschmasch wird das hier von allem möglichen so ein holzwirrwarr gerade noch so das passt ab da das wieder alles weg und dann kommt der eichenholz da muss eigentlich tropenholz hinter an der ecke noch weil es decke ist so wie bräuchten hier das fenster 12 12 12 ein einer fenster dann wieder ein einer fenster und da kommt gar kein fenster das wäre auch geil das wäre echt cool so wollen wir die fenster aus gitter würde ich sagen hier muss erst mal rock version von dings erstmal läuft im hintergrund ich baue erst mal diese wand ab damit ich gleich da holz hinsetzen kann und bekomme natürlich der tür steht die wand aus kohle das ist gut das ist gut kohle ist gut gebt mir all eure kohle genau keine einfach garita ja 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 mehr ja 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 wo ihr keeruluren beim b Bike beim bão 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 das nicht ein cooles lied ich habe es geschafft alles aus holz zu machen die ganze blöde Kackwand. Ist gleich aus Holz. Juhu. Ich schmeiß mal die Eier raus. Damit ich hier das Ding aufheben kann. Weil die will ich gar nicht. Schmeiß ich mal das auch raus, weil ich die Kohle aufnehmen will. Genau, das war's. So. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wapp. Wie, ich kann da immer eine Tür zur Zeit. Das ist ja doof. Naja. Oh, ich will das jetzt nicht aufheben hier. Weg damit. Ich hab das jetzt eh wieder auf, ne? Und damit ja. Ich will da nur eine Tür bauen. Wapp. Und noch eine Tür bauen. Klopp. Ich muss nämlich da hinten rein. Da. Und dann brauche ich noch Trapdoors. Ne, nicht. Was heißt das? Was sage ich da? Druckplatte meine ich. Baaah. Ist doch Trapdoor, oder? Bin ich jetzt doof? Ja, irgendwie bin ich verwirrt. Irgendwas ist jetzt falsch. Ist mir jetzt aber auch rain. So. Die müssen wir auch weiter bauen hier. Die Brücke. Dort rüber. Brücke, 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 Brücke. und dann du ja ich muss wieder auf die brücke moment von der ausgleich dann besser bauen und rüber und rüber und rüber und und rüber und rüber und rüber und rüber b So, wo ist mein Eichenholz? Da ist mein Eichenholz. Ich muss jetzt noch eine bauen für die Zaun. Für die Zaun dann. Für die Zaun. Noch eine Spur. Da kommt dann eine Spur Zaun hin. Damit das dann besser ist. Damit ich rüber kann hier. Vernünftig über meine Brücke. So, bitte, bitte. Das muss weg. Das stört. So. Das heißt, ich brauche Zaun. Das heißt, ich werde angegriffen von einem lustigen. Wie nennt man das Teil? Zombie. Ich habe den Namen Zombie vergessen. Wie dumm. So, 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 so. Erstmal wieder Kekse-Mampfen, damit ich wieder Leben habe. Ja, 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 ja. Mehr Kekse-Mampfen, mehr Kekse-Mampfen. Mampfen, mehr Kekse. So. Wo ist jetzt Tropenholz? Habe ich gerade nicht Das ist ein bisschen doof dann Eichenholz habe ich Tropenholz da Tropenholz Tropenholz Ja ich habe keinen Platz für Tropenholz mehr Oh so Soll ich erstmal Zaun bauen Habe ich noch mehr Stögeldinger In meinem Inventar Los Kinder, haltet die Augen offen So So Fupp 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 41 Zaun Sollte erstmal reichen Normalerweise Zumindest um hier rüber zu bauen Babababababababababababababababababap Fuhfuba War ich nochmal ein bisschen Von diesem lustigen Von diesem lustigen Fucking Blub. 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 Na gut. Dann habe ich schon mal meine Brücke. Auch wenn das hier komisch dann ist. Das muss eigentlich dann ab. Ein bisschen schade, aber okay. Muss halt sein. So, dann holen wir uns mal eben schnell dieses Eisenzeug, was ich meine, für die Fenster. Und wenn wir das haben, habe ich schon mal die Grundrisse plus Fenster fertig. Und dann beende ich auch erstmal die Aufnahme und baue dann später an die Details weiter von meinem kleinen Bergdingster, was ich in dem Berg gemeißelt habe. Naja, kann man ja nicht so nennen, aber okay. Bam, 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 steine, b-b-ba. Oder habe ich das, habe ich dir vielleicht noch getan über? Nein, aber Glas. Eichenholz. Tropenholz. Ne, sag mal, kommt mal woanders, kommt mal da eben hin. Tropen, 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 das können wir wieder mitnehmen. Tropen, 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 tropen,erde. Erde haben wir sowieso unendlich millionenfach, 103 Milliarden. Tropenholz. Machen wir das Tropenholz mal da hin und das Eichenholz da unter und dann da die nicht genutzen, Ihr wisst, was ich mein Ähm, Holzteile So, gut Deutsch So, dann machen wir das so und so Und dies und so und so und so Und so, 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 so und so Erde, Erde, ich hab so viel Erde Ich geh mal wohin damit So, hier packe ich aber dann Den Glausdorn mal rein Ich muss mein Inventar grad wieder Richten, das sieht ja echt Oh, aus Das ist so durcheinander Ich bin verwirrt, mein Kopf platzt Puh, es ist kaputt So Das kommt nach unten Das kommt da rein Pflasterstunde kommen da rein, da rein Schwarzpulver und Knochen Kommt in die letzte Truhe So Hatte ich hier nicht schon so ein Fleisch Ja, hatte ich So, jetzt runter, runter, runter Ah, nee, wollte Eisen mitnehmen Für die Eisenfenster Schmeißen wir einfach mal da rein Wie mach ich den Eisengitter? Hab ich vergessen Ich hab's ja rausgefunden Ging ja schnell So, 48 sollten erstmal reichen Na, ich musste husten Nein, ich werde krank Ich muss sterben Nein, nein, Spaß La, 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 na, 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 na Ich guck mit Absicht nicht nach oben Weil ihr das gleich Ist Nochmal sehen sollt Was ich gebaut habe Von Weitem Meine kleinen Kinder So, 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 so Baue ich jetzt erstmal meine Gitter Hm, das muss ja auch noch hier Das ist ja Ah, hier hab ich noch kein Holz hingesetzt Sehe ich grad Aber jetzt hab ich grad kein Holz dabei mehr Yay Gitter, Gitter, Gitter Gitter, Gitter, hinter Gitten Hinter Gitten, hinter Gitten Und da ist alles Da ist alles Gitter, 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 Gitter Okay In den anderen Raum Hopp, 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 hopp Und hoch Hopp, 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 hopp Hopp, hopp, hopp Ne, da, hopp Baue ich denn Gitter ab Ach, so Okay Dann hätten wir schon mal das Grundgeriss Und alles fertig So sieht das dann aus Also sieht man jetzt nicht gut Ich mach mal jetzt Creative an Und guck das Grundgeriss nochmal von außen an Da ist jetzt die Brücke erweitert So Seht ihr da ist jetzt diese Plattform Da ist ja mein Face Und jetzt in den Berg Dann haben wir die Brücke erweitert Darüber Und jetzt haben wir da schon mal So ne zwei Gebäude Die wir dann beziehen können Quasi in den Berg So drinnen Sieht eigentlich ganz nett aus Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder Und machen dann Details da drinnen Und bla 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 Bis dann Und tüdli Und vielleicht werden wir das dann auch alles noch ausbauen Und alles Und dann ist jetzt erstmal ein kleiner Teil Bis dann Tschüss